Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute wieder predigen darf. Ich habe heute ein ganz besonderes Wort aufs Herz gelegt bekommen, aus einer ganz bestimmten Situation heraus. Aber da möchte ich später noch was zu erzählen. Heute habe ich einen Bibeltext für uns mitgebracht aus der Offenbarung. Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8. Und bevor ich in diesen Bibeltext gehe, möchte ich noch kurz was zu der Offenbarung sagen. Ein ganz bisschen einfach zur Hintergrundgeschichte von diesem Buch aus der Bibel. Es ist von Johannes geschrieben, einer der Jünger Jesu. Und Johannes war zu dieser Zeit, wo er das geschrieben hat, quasi in Gefangenschaft. Er wurde ins Exil geschickt und war auf der Insel Patmos und wurde sozusagen getrennt von der Gemeinde. In der Zeit, in der die Offenbarung geschrieben wurde, herrschte eine ziemlich große Christenverfolgung. Die Gemeinde, die sich aufgestellt hatte nach den Missionsreisen von Paulus, sind viele Gemeinden entstanden und hatten sich mittlerweile schon etwas etabliert, sind gewachsen und haben aber immer wieder sehr, sehr starke Verfolgung erlebt. Also sei es durch den Kaiserkult, durch den römischen Kaiser. Es gab viele Verpflichtungen dem Kaiser gegenüber und ihn zu verehren und dem kamen viele Christen nicht nach. Und so entstand auf der einen Seite durch den Kaiserverfolgung, durch die Besatzung der Römer und auf der anderen Seite aber auch durch die anderen Götter, die in den jeweiligen Regionen einfach verehrt wurden. Und so besonders, wenn wir hier lesen, Apostelgeschichte, Quatsch, Offenbarung 1, Abvers 4, da schreibt Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Und in Asien, in Ephesus, da wurde zum Beispiel die heilige Diana verehrt. Und so hatten Christen ist schwer in dieser Zeit, weil sie wurden angegriffen, sie wurden verfolgt. Viele der Apostel waren mittlerweile schon hingerichtet worden. Und in dieser Zeit schreibt Johannes die Gemeinden an und schreibt diese Offenbarung. Johannes auf dieser Insel hat viel Zeit mit Gott offensichtlich verbracht und es gibt viele von seinen Offenbarungen, die er bekommen hat von Gott, hier in diesem Buch, in diesem letzten Buch der Bibel weiter. Und gleich am Anfang, ab Vers 4, richtet Johannes einen Gruß an diese sieben Gemeinden. Und ich möchte jetzt mit euch zusammen in diesen Bibelferst einsteigen, in diese Bibelferse. Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Erstmal so weit. Johannes schreibt ja in die sieben Gemeinden in Asien. Später, wenn wir die Offenbarung weiterlesen, werden diese sieben Gemeinden auch mit Namen genannt. Ephesus, Pergamon und Thyatira, Philadelphia und so weiter. Ich zähle jetzt nur einige von ihnen auf. Und allerdings wurde die sieben auch immer wieder in Offenbarung als Zahl der Vollkommenheit verwendet von Johannes. Und nun viele Theologen gehen davon aus, dass auch andere Gemeinden noch damit gemeint sind und dass diese sieben quasi stellvertretend für die ganze Provinz stehen. Aber natürlich wurden die Gemeinden auch sehr persönlich angesprochen. Es wurden die einzelnen Fehler und die einzelnen Stärken der Gemeinden von Johannes genannt. Aber es war für die ganzen Christen in der ganzen Provinz geschrieben worden, die Offenbarung. Und letztendlich ja auch für die ganze Christenheit bis heute. Jetzt am Anfang dieses Grußwortes beginnt Johannes direkt in Lobpreis überzugehen und wünscht Frieden und Gnade. Und das ist wirklich ein kraftvoller Gruß. Ich glaube, das unterschätzt man oft, weil gerade in der Zeit, wo Verfolgung ist, wo man nie weiß, was passiert morgen, was passiert heute? Werde ich morgen noch leben? Werde ich geschlagen werden? Werde ich verfolgt, wenn ich von meinem Glauben spreche? Gerade in dieser Zeit ist dieser Segenszuspruch, Gnade und Friede so stark. Und ich glaube, das können wir heute in unserer Zeit auch so ein bisschen nachvollziehen. Wir sind in einer sehr schnelllebigen Zeit. Wir sind in einer Zeit, in der wir jetzt, in dem die Corona-Zahlen wieder steigen. Und ich glaube, wir wünschen uns alle wirklich diesen göttlichen Frieden, der uns in dieser Zeit ruhig sein lässt und Hoffnung schenkt. Und Gnade, dass wirklich unser Leben läuft, dass wir wissen einfach, ja, wir haben Gunst vor Gott und wir sind reich beschenkt, ohne dass wir etwas verdienen mussten. Und nach diesem kleinen Grußwort und diesen Wünschen, die Johannes der Gemeinde zuspricht, fängt Johannes an, wie gesagt, in Lobpreis überzugehen, Gott zu beschreiben. Und er spricht hier ganz bewusst, bin ich der Meinung, nochmal diese Dreieinigkeit Gottes an. Und er fängt an, indem er sagt, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Und das hört sich erstmal relativ belanglos an, aber wenn man dem mal genauer nachgeht, dann stellt man fest, dass das eine mega starke Beschreibung von Gott ist. Das sind quasi, der da ist. Das ist quasi so, wie Gott sich auch vorgestellt hat, dem Volk Israel, indem er gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und selbst das klingt im ersten Moment, ja, ich bin, der ich bin, etwas banal, aber damit sagt Gott eigentlich aus, ich bin, ich bin der Seiende, ich bin der, der schon immer gewesen ist. Ich bin real, ich bin lebendig und ich bin auch der Ursprung aller Existenz. Und alles, jeder andere, der existiert, kommt von mir. Und daher auch der Name Jahwe, der Name Gottes, ich bin, der ich bin. Und so beschreibt ihn hier auch Johannes, dem, der da ist und der war und der kommt. Ja, Gott ist der, der schon immer da war, der über allem steht. Ohne Anfang und ohne Ende, nicht an Zeit gebunden. Und der da kommt und da wird es dann auch schon prophetisch. Da deutet er auch schon an, dass Gott auch kommen wird, um die Erde zu erlösen. Und dann geht es weiter. Und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Nun überlegt man vielleicht hier an dieser Stelle erstmal, wer sind denn die sieben Geister? Auch hier gehen Theologen ganz stark davon aus, dass sieben hier nur als Zahl der Vollkommenheit gemeint ist, als der vollkommene Geist Gottes, der, der allgegenwärtig ist. Und ja, es wird davon oder ja, die Theologen sind sich da einig, dass hier vom Heiligen Geist gesprochen wird. Und dadurch, wie gesagt, auch von der Dreieinigkeit. Und dann in Vers 5 und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Jesus, der treue Zeuge. Jesus war derjenige, der ohne Sünde gelebt hat und der immer wieder das uns vor Augen geführt hat, den Menschen vor Augen geführt hat, was Gott tut und auch wie Gott ist. Er ist der treue Zeuge. Durch sein Leben durften die Menschen erleben, wie Gott ist. Und auch heute noch in der Begegnung mit Jesus erkennen wir, wie Gott ist. Wir erkennen, wie viel Liebe er für uns hat, welche Gedanken er von uns hat. Und er ist der treue Zeuge. Er ist derjenige, der ohne Fehler war, auf den wir uns 100 Prozent verlassen können. Ohne Sünde und immer in der Beziehung mit Gott. Und er ist auch der Erstgeborene von den Toten. Jesus ist auferstanden vom Tod. Er hat den Tod besiegt. Und er ist derjenige, der uns diesen Weg auch ermöglicht hat. Auch wir werden auferstehen, wir werden in den Himmel gehen können. Und Jesus ist auch Fürst der Könige auf Erden. Und auch das war, glaube ich, in dieser Zeit eine ganz, ganz wichtige Aussage, dass Jesus über all dem steht, über all den Gesetzen, über all den Regeln damals. Alles, was irgendwie gegen Gott zu sein schien, musste trotzdem unter Gottes Füßen sein. Das heißt nicht, dass die Gesetze missachtet werden konnten oder so. Aber in allem steht Gott über den Dingen der Menschen. Jesus ist der Fürst der Könige auf Erden. Letztendlich gehört ihm alle Macht im Himmel und auf Erden. Und ihm zu dienen in erster Linie ist das Ziel der Christen. Und dieser Jesus ist aber genauso, wie er allmächtig ist und Gott, der allmächtig ist, so ist er auch derjenige, der uns liebt. Und das ist so wichtig für uns zu wissen und auch für unsere Identität. Wir sind geliebt. Das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug sagen und das kann man sich auch nicht oft genug ausmalen und es genießen. Jesus liebt uns, bedingungslos, egal, was wir getan haben, egal, wie wir denken, egal, wie wir sind, egal, was für Fehler wir haben. Wir sind Geliebte von Jesus Christus und erlöst von unseren Sünden mit seinem Blut. Auch hier das Evangelium nochmal ganz klar ausgesprochen. Wir sind geliebt. Wir sind errettet. Wir haben Sünden getan, aber durch unseren Glauben an Jesus sind wir gerettet. Und aus dieser Beschreibung Gottes heraus, in dem uns Johannes hier nochmal vor Augen führt, wer ist dieser Gott, kommt jetzt auch und was er auch für uns getan hat, kommt jetzt die Beschreibung, wie er uns sieht. Ich lese nochmal den halben Vers 5 mit. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut. Und jetzt Vers 6. Und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater. Dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewige. Jesus hat uns zu einem Königreich gemacht, zu einem Königtum. Mein Thema heute heißt Königliche Priester. Durch den Tod Jesu sind wir verbunden mit Gott. Wir gehören jetzt zu Gottes Familie und wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und so sind wir hineingesetzt worden in seine Königsfamilie und in sein Reich. Und so sind wir auch Mitregenten in seinem Königreich. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, wie die Bibel sagt. Wir sind Mitregenten. So kann man dieses Wort uns zu einem Königreich gemacht auch übersetzen. Hier wird auch die Regentschaft mit angesprochen. Dass wir zu Mitregenten gemacht wurden. Ja und so sind wir in diese, wir sind in diese königliche Familie eingesetzt, als Söhne und Töchter Gottes. Und in diesen Söhne und Töchter Gottes sein, sind wir, dürfen wir auch das zu unserer Identität machen und diese Würde einfach auch leben. Und wir werden diese Würde auch ausstrahlen. Ich habe letztens eine Predigt gehört über Mitglied dieser Königsfamilie Gottes zu sein. Gehört und ein Beispiel darin. Da wurde von dem Prediger gesagt, er hat als Kind immer Prinz Eisenherz geguckt. Diese Zeichentrickserie. Und die habe ich persönlich auch geguckt. Und da war Prinz Eisenherz dieser Prinz aus der Königsfamilie. Und irgendwann wurde er gefangen genommen und als Sklave versklavt und auf den Sklavenmarkt gesteckt. Und trotzdem, jeder, der ihn angeguckt hatte und überlegt hatte, ob er ihn gekauft hat, wahrgenommen, das ist nicht ein einfacher Sklave. Der hat etwas an sich, was etwas ganz Besonderes ist, was die anderen nicht haben. Weil er immer noch wusste, dass er Sohn des Königs ist. Er wusste immer noch, er ist kein Sklave. Er ist etwas Besonderes. Und so dürfen auch wir wissen, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott. Wir sind zu Priestern gemacht vor Gott. Über den Punkt möchte ich nachher noch weitersprechen. Ich möchte jetzt erstmal allerdings diesen Bibelfers noch mit uns zu Ende besprechen. Er hat uns zu Priestern vor Gott gemacht und seinem Vater. Den sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und dann geht es weiter. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben und es werden wehklagen um seinen Willen. Alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Und auch hier, denke ich mal, müssen wir wieder die Verfolgung mitberechnen. Johannes war selber dabei, als Jesus gekreuzigt wurde. Und er hat selber mitbekommen, wie die Römer mit ihm umgegangen sind und er hat auch die Verfolgung mitbekommen. Und er sieht hier in diesem Punkt prophetisch, dass Jesus wird wiederkommen auf den Wolken. Alle werden ihn sehen und es werden die Leute, die gegen ihn kämpfen, werden in diesem Augenblick merken, wir haben einen Fehler gemacht. Dieser Gott, den wir verfolgt haben, Jesus Christus, ist lebendig und er ist mächtig und er ist der Herr über die Erde. Und dann Vers 8, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und hier wird nochmal ganz klar ausgesagt, über die ganze Offenbarung, es wird viel passieren auf dieser Erde, aber eins ist klar, Gott ist derselbe. Er ist Alpha und Omega, das A und das O. Er ist von Anfang an, er ist der Anfang, auch unserer Anfang. Er hat uns gemacht, er hat uns erschaffen und er ist O. Zu ihm führt alles. Er hat die Zukunft in seiner Hand. Und hier wird noch, er sagt Johannes nochmal, er ist Gott, der Herr, der da ist, also der Seiende, der über allem steht und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Hier wird auch diese Naherwartung nochmal wieder gesehen. Also gerade in der Verfolgung haben die Christen darauf gewartet, dass Jesus bald wiederkommt und dass Jesus Gerechtigkeit übt und dass die Erde erlöst wird von dieser Gefangenschaft und dass die Menschen zu Jesus kommen in den Himmel. Aber bis jetzt ist das noch nicht passiert. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, aber auch wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Gerade in diesen stürmischen Zeiten, wo wir merken, dass wir in Gefahr sind, unsere Erde kaputt zu machen durch den Klimawandel, sind wir doch umso mehr gespannt darauf, wie lange es noch dauern wird, bis Jesus wiederkommt. Und umso wichtiger ist, dass wir uns vorbereiten, dass wir Gemeinde bauen, dass wir Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Weil er ist der Schöpfer, er ist der Allmächtige. Er ist der, der jedem das Leben schenkt und der auch das ewige Leben schenkt. Und so viele Menschen wissen es einfach nicht. Sie leben einfach ihr Leben und wissen nicht, dass sie eine Beziehung zu diesem lebendigen Gott haben können. Und dass Jesus der Weg, die Wahrheit in das Leben ist und den Weg in den Himmel bereitet hat. Und an dieser Stelle, zu diesem Punkt, wo Gott sagt, ich bin, oder wo Johannes über Gott sagt, ich bin das A und das O. Spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Möchte ich nochmal eine kurze Geschichte einbringen. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, vielleicht schon mal im kleinen Kreis oder so. Ich glaube von der Kanzel noch nicht und wenn ja, tut es mir leid, aber die Geschichte ist so gut, die kann man auch zweimal hören, denke ich. Ich habe mal von der Geschichte gehört, dass ein messianischer Rabbi, also ein Jesusgläubiger Rabbi, zu seinen Bibelschülern gesagt hat, wenn ihr was wollt von mir, könnt ihr Montag wieder kommen. Ich bin das Wochenende nicht da, weil ich gehe in die Wüste, um Gott zu begegnen. Und dann haben die Schüler zu ihm gesagt, warum gehst du in die Wüste, um Gott zu begegnen? Du hast uns doch gelehrt, Gott ist überall und wir können Gott überall begegnen. Warum gehst du dafür extra in die Wüste? Und daraufhin antwortete der Rabbi, ja, das stimmt. Ich bin, äh Quatsch, Gott ist überall der Gleiche. Gott ist überall und wir können ihm überall begegnen. Aber ich bin nicht überall der Gleiche. Weil ich lasse mich sehr schnell ablenken und ich gehe deswegen in die Wüste, um ganz allein mit Gott zu sein. Und was wir daraus, zwei Sachen, die wir daraus lernen. Erstens, Gott ist immer der Gleiche. Gott ist immer dieser wunderbare, liebende Gott, der Beziehung mit uns haben möchte und der uns begegnen möchte und der uns überall begegnen kann. Aber wir müssen auch verstehen, wer wir sind und wie wir ticken. Und in dem Fall hatte der Rabbi verstanden, es gibt Orte und Möglichkeiten, um Gott noch besser begegnen zu können. Und das andere ist, wir dürfen auch verstehen oder es bringt uns so, so viel zu verstehen, welche Identität wir haben, wer wir sind in Gottes Augen. Und deswegen möchte ich auf den Vers 6 noch weiter eingehen. Und das ist auch das große Thema von heute. Wie gesagt, meine Predigt heißt königliche Priester. Wir sind zum Priester geworden durch die Erlösung. Aber was heißt das eigentlich? Ich möchte jetzt mit uns mal eben angucken, was waren eigentlich die Aufgaben der Priester im Alten Testament und uns da so ein bisschen vor Augen führen, was das auch für uns heute bedeutet, wenn davon gesprochen wird, dass wir zu Priestern gemacht sind im Königreich Gottes. Und der Priester, der war immer der Vermittler zwischen Gott und Menschen im Volk Israel. Und das bedeutet, er hat alle Anliegen, die die Menschen hatten, an Gott, zu Gott gebracht und die Erwartung, die Gott hatte, zu den Menschen gebracht. Und er hat zum Beispiel die Opfer gebracht, damit die Menschen frei sind von ihrer Sünde, damit die Sünde bedeckt ist. Und das ist allerdings heute nicht mehr nötig, weil das hat Jesus getan. Deswegen wird im Hebräerbrief auch davon gesprochen, dass Jesus der hohe Priester ist, der neutestamentliche hohe Priester. Er ist derjenige, der sein eigenes Blut gegeben hat, damit wir frei sein können von unseren Sünden. Er ist stellvertretend für uns gestorben, damit wir in Ewigkeit leben können und damit wir frei sind von allem, was uns von Gott trennt. Und trotzdem geben wir, Römer 12, Vers 2, wir geben unser Leben als Opfer für Gott. Wir geben unser Leben hin, um für Gott zu leben, weil er es erkauft hat, weil er alles für uns getan hat. Und wir aus Liebe zu ihm und aus Dankbarkeit bringen wir unser Leben und setzen es ein für das Königreich Gottes. Dann hatte der Priester noch die Aufgabe, die Geräte zu reinigen und die im Tempel waren, die dazu dienten, Gott die Ehre zu geben, die dazu dienten, Gottesdienst zu feiern und Opfer darzubringen. Und für mich ein bisschen übertragen auf die heutige Gesellschaft ist, dieses Geräte reinigen vielleicht ein bisschen zu vergleichen mit Exzellenz zu üben. Das, was wir als Gemeinde auch machen wollen. Wir wollen das, was wir tun, mit Exzellenz tun. Wir wollen es so tun, dass es Gott die Ehre bringt, dass es Gott verherrlicht. Nicht aus Gesetzlichkeit, weil wir Gott irgendwie gefallen wollen oder glauben, mit unseren Taten Gott gefallen zu können. Nein, weil wir wollen die Dinge, die wir tun, so tun, damit sie Gott verherrlichen, damit sie einfach so seine Schönheit widerspiegeln. Und so, wenn wir im Lobpreis sind, so wollen wir unseren Lobpreis mit Exzellenz machen. Einfach, weil es gottwürdig ist, weil Gott einfach genial ist. Und deswegen wollen wir nicht Wischiwaschi machen. Genauso war auch die Aufgabe der Priester, die Instandhaltung des Heiligtums. Also sowohl erst in der Stiftshütte als auch später im Tempel haben die Priester dafür gesorgt, dass alles heil geblieben ist, dass alles sauber geblieben ist. So wie auch wir vielleicht heute dazu beitragen, dass unsere Gemeindegebäude heil sind, dass das ansprechend ist, dass Leute, die kommen, einfach sehen oder sich hier wohlfühlen und ja, einfach das Gefühl haben, hier zu Hause sein zu können. Dann war noch eine Aufgabe der Priester, die Trompeten zu blasen vor Festen und vor zum Beispiel Feldzügen. Und wenn die ihnen die Trompete geblasen haben, dann wusste das Volk, jetzt geht das Fest los. Jetzt können wir dieses Fest zur Ehre Gottes feiern. Und es wurde quasi neu auf Gott hingezeigt durch diese Trompeten. Jetzt richten wir uns voll auf Gott aus. Genauso vor einem Feldzug. Es wurde Trompeten geblasen und damit wurde gezeigt, wir gehen jetzt los und wir vertrauen auf Gott. Wir gehen nicht aus eigener Kraft los, sondern wir gehen mit Gottes kraftlos. Also die Priester hatten quasi die Aufgabe, das Volk daran zu erinnern, dass sie mit Gott unterwegs sind. Und auch das ist auch heute sozusagen unsere Aufgabe. Einfach die Menschen immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wenn wir unterwegs sind im Glauben, dass unser Vertrauen auf Gott sich einfach auszahlen wird. Dass alles, was wir tun, in Gemeinschaft mit Gott einfach gelingen kann, wenn es sonst vielleicht auch nicht gelingen würde. Und dann war auch noch die Aufgabe, die Menschen im Gesetz zu unterweisen, also Lehre auszuüben. Sie haben Rechtsfälle entschieden. Also sie sind quasi als Mediatoren aufgetreten. Wenn Streitigkeiten da waren, sind die Leute zu den Priestern gegangen. Sie haben sich darum gekümmert, ob Menschen als rein oder als unrein erklärt wurden. Wenn Krankheiten da waren, wenn ein Aussatz da war, der zum Beispiel ansteckend war, dann haben sie dafür gesorgt, dass die Menschen getrennt wurden von den anderen Menschen, bis dieses zum Beispiel dann weggegangen ist oder geheilt wurde. Sie waren dafür zuständig, das Volk zu segnen, weil sie diejenigen waren, die für Gott gesprochen haben. Sie haben die Worte Gottes weitergegeben. Genau. Und sie waren diejenigen, die einmal im Jahr einfach in dieses Allerheiligste gegangen sind, um für zu sprechen, für die Menschen. Sie haben quasi für das Volk gebetet und sie haben sich selbst gereinigt. Also sie waren einfach diejenigen, die am nächsten am Gottesherz sein durften. Und ich finde das ehrlich gesagt ziemlich spannend. Wir hatten letztens ein Lobpreisabend, Zeit mit Gott in Lübeck, wo wir mit unseren Lübeckern Geschwistern zusammengekommen sind und Gott angebetet haben. Und während wir diese Zeit hatten, kam irgendwann die Idee von einigen aus der Runde, lasst uns doch mal für die Pastoren in Lübeck beten. Die Pastoren, die tragen eine Menge Last, die haben viel Verantwortung. Die werden auch angefochten und es ist wichtig, dass die Pastoren, die Gemeinden leiten, die vorangehen, dass sie erfüllt und erweckt sind mit dem Heiligen Geist und begeistert ihren Dienst tun. Und so haben wir für die Pastoren gebetet und dann wurde ich auch noch in die Mitte gestellt und es wurde für mich gebetet. Und es ist wunderbar, es ist so wichtig, dass die geistlichen Leiter in unserem Land wirklich vorangehen und brennend sind für unseren Gott. Aber ein anderer Gedanke, der mich dann auch zu dieser Predigt gebracht hat, den ich während dieser Zeit hatte, war, wir sind alle berufen als Priester. Natürlich ist wichtig, wie gesagt, dass die Pastoren und Leiter vorangehen, aber auf der anderen Seite sind wir quasi alle Pastoren an dem Ort, wo wir sind. Wir sind alle berufen in Gottes Priesterschaft und nicht nur die Pastoren, die dafür freigestellt sind, die vielleicht ausgebildet sind, die am meisten Zeit investieren können und die sich auch in die Weiterbildung und in die Leiterschaft der anderen investieren, sondern wir sind alle berufen, priesterliche Aufgaben zu machen. Wir sind alle berufen, Pastoren zu sein in der Umgebung, in der wir sind. Und das ist mir in diesem Moment so stark vor Augen gekommen. Natürlich ist es wichtig, einzelne Leute zu segnen, aber letztendlich erreichen für Gott, Reich Gottes bauen können wir nur, wenn alle 20 Leute zum Beispiel an diesem Abend alle ihre Priesterschaft, ihre Pastorenschaft, um das im norddeutschen Sprachgebrauch zu bringen, ihre Fähigkeiten einbringen für das Reich Gottes. Und ich möchte ganz bewusst an dieser Stelle diesen Begriff Pastor hier nutzen, auch wenn wir Pastor immer so als derjenige versteht, der das Amt inne hat, der vielleicht noch einen Pastorenausweis hat, der das studiert hat. Aber wir haben ja ein ganz, ganz geprägtes Bild von einem Priester. Auch vielleicht denken wir da an die alten Priester aus dem Alten Testament mit Umhang, die immer Tiere geschlachtet haben. Vielleicht denken wir an süddeutsche Priester aus der katholischen Kirche, die immer diese Talas tragen und mit Weihrauch schwenken. Aber das ist nur das Bild, das wir im Kopf haben. Die Frage ist ja, was ist wirklich damit gemeint, wenn es heißt, dass wir alle königliche Priester sind. Und das bedeutet für mich, dass wir alle unseren pastoralen Auftrag da wahrnehmen, wo wir sind. Und mir geht es da nämlich heute um die geistliche Verantwortung, die wir haben. Wir alle haben eine geistliche Verantwortung für unsere Stadt. Wir alle haben eine geistliche Verantwortung für unsere Umgebung, für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für unsere Arbeitskollegen. Und von daher ist es wichtig für uns zu wissen, wozu Gott uns berufen hat und bestimmt hat, nämlich Priester zu sein. Und diese Bestimmung, die gilt sowohl als Kollektiv, wir sind als Kollektiv, als Gemeinde sind wir Priesterschaft Gottes. Wir sind quasi diejenigen, die Ansprechpartner sind. Die Gemeinde ist Ansprechpartner für die Menschen und dient den Menschen, indem sie Taufe anbietet, indem sie Lehre bringt, indem sie gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Aber eben auch jeder Einzelne ist berufen, diesen Auftrag zu leben. Und ich möchte eben nochmal mit uns auf den Ausflug gehen nach Florida. Ich habe da auch ein paar Bilder dazu mitgebracht. Wir, also beziehungsweise ein Freund von mir und ich, wir waren vor sechs Jahren auf Weltreise. Und relativ am Anfang der Weltreise, so nach zwei Monaten ungefähr, waren wir dann auch in Florida. Und wir hatten ein ganz bestimmtes Ziel. Wir wollten eine Gemeinde in Tampa angucken. Und da, ich weiß gar nicht wie lange, eine Woche oder anderthalb Wochen, uns die Gemeinde angucken, Pastoren interviewen und einfach mitlaufen und angucken, wie sie Gemeinde bauen. Dann waren wir auch noch in den Everglades, da habe ich nur ein, zwei Fotos zu mitgebracht. Haben uns Alligatoren angeguckt und Schlangen. Und es ist schon auf jeden Fall erstmal ein spannendes Gebiet in den USA. Weil sowas habe ich in Deutschland, sowas erlebt man nicht. Wir sind da eine Straße langgefahren und dann war es richtig heiß an dem Tag, wie meistens dort. Und ich dachte so, oh, jetzt schön ins kühle Wasser springen. Und dann war da so ein Fluss, der da so lang floss, der sah richtig schön aus. Und ich dachte, oh, wie gerne würde ich da reinspringen. Und das denke ich in Deutschland ja auch öfter. Und plötzlich sehe ich, wie da so ein Kopf auf uns zuschwimmt und sehe, dass da ein Alligator schwimmt. Und ich dachte so, wie abgefahren. Wir sind hier gerade in einer westlichen Welt, in einem modernen Land und man will baden, man will ins Wasser springen, aber da ist ein Tier drin, das dich theoretisch verletzen oder tödlich angreifen könnte. Und theoretisch sogar auch Lust hätte, dich zu essen, wenn ich nicht zu groß für das jeweilige Tier wäre in dem Moment. Und irgendwie das war allein schon so eine spannende Erfahrung, einfach in so einem Land zu sein und trotzdem genauso ist da ein Tier in diesem Fluss, was dich eben mal fressen könnte. Also das war so ein Gedanke, den ich da hatte. Aber das nur so als kleiner Exkurs nebenbei. Also wo es mir jetzt gerade darum geht in Florida ist, wir haben dann die Underground Church besucht. Und die Underground Church ist eine Gemeinde, die ein sehr interessantes Modell hat. Weil diese Gemeinde besteht aus 125 Micro Churches. Zumindest zu der Zeit. Ich weiß nicht, wie viele sie mittlerweile haben. Aber damals hatten sie 125 Micro Churches. Und Micro heißt ja einfach nur Kleingemeinden. Also sie haben 125 Kleingemeinden, war ein Zusammenschluss für eine Gemeinde. Und es war nicht nur so, dass es so örtlich aufgeteilte kleine Gruppen waren, so wie bei uns Hauskreise, sondern es waren alles kleine Kirchen, die zielgruppenspezifisch gearbeitet haben. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. Hier ist zum Beispiel gerade eine Kirche, eine Kleinkirche sozusagen, eine Micro Church für Antialkoholiker. Also hier ist ein Mensch, der früher Alkoholiker war, der zum Glauben gekommen ist, der jetzt gesagt hat, ich möchte eine Gemeinde machen, ganz speziell für Leute, die Schwierigkeiten mit Alkohol haben. Und die haben jede Woche eine Bibelarbeit zusammen gemacht. Die haben teilweise auch zusammen gelebt, um eben den Leuten zu helfen, davon frei zu werden. Und dann gab es eine kleine Gemeinde für Obdachlose, wo es regelmäßiges Essen gab, wo Bibelstunde gemacht wurde. Es gab eine Kleingruppe für Bierliebhaber, die haben sich dann in einer Kneipe getroffen und haben da Bibel gelesen und Bier getrunken. Kleingruppe, die einfach ganz normal waren, wie große Hauskreise. Es gab Kleingruppen für Vegetarier, für Leute, die sich bewusst ernähren wollten, für Gartenliebhaber. Und die haben dann sogar ihr Garten so angelegt, dass es auch gleichzeitig dazu beigetragen hat, dass die Obdachlosen-Speisung funktioniert hat, indem die sehr moderne Arten hatten, Dinge zu pflanzen und nachhaltig Essen zu produzieren. Und das war alles ziemlich spannend. Aber dieser eine Gedanke, der mir dadurch jetzt irgendwie nochmal bewusst geworden ist, Es gab einfach durch diese vielen Möglichkeiten, Gemeinde zu bauen, eine Plattform, dass viele Leute einfach ihre Pastorenschaft ausleben konnten. Sie haben das gelebt, indem sie einfach was aufgebaut hatten für die Leute, die sie gut erreichen können, zu denen sie sich zugehörig gefühlt haben. Und so, wie gesagt, entstand diese Gemeinde und sonntags haben sich alle Microchurches zusammen im Gottesdienst getroffen. Es gab ein zentrales Büro, wo alle Leiter, sage ich mal, sich vorbereiten konnten und sich treffen konnten. Und so ist diese Gemeinde gewachsen. Das ist jetzt ein ganz spezielles Modell. Das wurde auch in Deutschland schon mal probiert. Und soweit ich weiß, ist es noch nicht so durchgestartet, wie jetzt da in Florida, in Tampa. Also deswegen, mir geht es auch nicht um das Modell. Ich finde das eine ziemlich gute Idee, aber es muss nicht so aussehen. Aber mir geht es darum, dass Menschen einfach verstanden haben, ihre Pastorenschaft auszuleben, in der Umgebung, in der sie zu Hause sind. Weil wenn ich als Pastor, ich werde wahrscheinlich nicht gut Gartenliebhaber erreichen, weil ich einfach gar keine Ahnung von Garten habe. Ich kann sie als Persönlichkeit ihnen begegnen. Aber wenn ich Gartenliebhaber bin, kann ich sie ganz anders ansprechen und ganz anders Zeit mit ihnen verbringen und auch Freizeit leben und Alltag leben und dadurch mein Zeugnis auch weitergeben an sie. Und einfach so Vermittler zwischen Gott und Mensch sein, indem ich einfach mit denen zusammenlebe und ihnen meine Liebe gebe, mit den Menschen, die um mich herum sind. Und wir helfen dann auch diesen Menschen, ihnen Gott nahe zu bringen und dadurch erhalten sie auch eben, wie die Priester es im Allentestament gemacht haben, so bringen wir sie auch zur Sündenvergebung, indem sie Jesus annehmen, indem wir sie einfach zu Jesus führen. Und das ist eben unser Ziel als Priester. Wir verkündigen das Zeugnis von Jesus. Wir verkündigen unsere Beziehung zu Gott und geben das als Zeugnis weiter. Und das meine ich mit, das ist unsere Verantwortung in dieser Priesterschaft, diese Priesterschaft einfach zu leben. Und Hebräer 4, Vers 16, da steht, lasst uns hinzutreten mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade. Und dieser Zutritt, den früher nur die hohen Priester hatten, diesen Zutritt, den haben wir jetzt alle. Wir können alle zum Thron der Gnade treten. Der Himmel ist offen, wie wir immer so oft hier sagen. Also der Weg zum Thron Gottes ist frei. Wir können jederzeit Gott begegnen und auch da empfangen von Gott. So gibt uns Gott Wörter für Menschen um uns herum und wir können diese Wörter weitergeben. Und auch da, indem sind wir Mittler zwischen Gott und Menschen, indem wir einfach das, was Gott den Menschen sagen möchte, empfangen, auf unser Herz legen lassen und einfach den Menschen weitergeben können. Und auch zu verstehen, dass wir in unserer Umgebung auch geistliche Autorität haben. Das ist mir eben an diesem Lobpreisabend auch so wichtig geworden. Ja, nicht nur die Pastoren haben geistliche Autorität über ihre Stadt, sondern wir alle haben diese geistliche Autorität, weil wir sind alle Söhne und Töchter Gottes. Wir sind alle Königsgener und Mitregenten im Reich Gottes. Und so haben wir die Möglichkeit, Fürbitte zu tun für die Menschen um uns herum und Menschen freizusetzen durch unser Gebet, Heilung auszusprechen bei Menschen, indem wir ihnen die Hände auflegen. Und das ist unser Auftrag. Und auch so ist auch die Erwartung, glaube ich, auch von den Menschen, dass wenn wir Christen auftreten, dann, dass wir auch Gott repräsentieren, dass wir den Menschen Gott nahe bringen, indem wir so leben, wie Gott es gefällt. Und so oft hören wir auch von den Menschen, ja, aber die Christen, die sind ja gar nicht so und so. Aber eben haben wir verstanden, wer wir sind. Haben wir verstanden, dass wir auch Pastoren sozusagen im Reich Gottes sind, dass wir in diese Pastorenschaft, in diese Priesterschaft gerufen sind. Und nun gibt es auch so eine Tendenz im Reich Gottes. Ich habe das öfter mal mitgekriegt bei ein, zwei russlanddeutschen Gemeinden, aber es gibt sicherlich auch andere Gemeinden, die das ähnlich machen. Also das will ich überhaupt nicht pauschalisieren, ich habe es nur in diesem Kontext mal mitgekriegt, dass einige Eltern Sorge hatten um ihre Jugendlichen, dass sie irgendwie sündigen, dass sie in die Welt gehen und dass sie ihren Glauben ablegen. Und deswegen haben sie ihre Jugendlichen nach Kanada geschickt, weil sie das Gefühl hatten, in Kanada können die Christen noch unter sich leben, gerade so in so einer Subkultur, wie jetzt zum Beispiel diese deutsch-russische Kultur, und sind da ein bisschen geschützter vor der Sünde, vor der Welt und abzufallen vom Glauben. Aber was man damit eigentlich tut, ist ja einfach, die Leute rauszunehmen aus ihrer Verantwortung. Und ich bin nämlich der Meinung, dass das von Gott anders gedacht ist. Wir sollen nicht weglaufen vor den Menschen, sondern wir sollen Priesterschaft leben. Wir sollen den Menschen begegnen als Mittler zwischen Gott und Menschen. Wir sollen auf Gott aufmerksam machen. Wir sollen Zeugnis geben. Wir sollen da sein für die Menschen. Wir sollen ihnen helfen. Wir sollen ihnen Barmherzigkeit zukommen lassen. Wir sollen sie unterstützen. Weil wir sind der verlängerte Arm Gottes auf Erden. Und genauso, wir haben das mal erlebt, wir waren in Oslo, in meiner Missionszeit, und da sollte eine große Esoterikmesse in diese Stadt kommen. Und 15.000 Menschen waren ungefähr angekündigt als Besucher für diese Messe. Und mein Teamleiter und ich, wir haben gesagt, da müssen wir auch hin. Viele würden wahrscheinlich sagen, oh Gott, bloß weg hier. Ich will damit nichts zu tun haben. Nachher werde ich da noch irgendwie negativ beeinflusst und so weiter. Aber wir haben gesagt, nee, da müssen wir hin. Weil wir müssen Jesus an diesen Ort bringen. Und das ist dieses Verständnis, was ich heute uns so mitgeben möchte. Wir übernehmen geistliche Verantwortung für unsere Umgebung. Und wir sind da hingegangen und dann war eine Karte irgendwie super teuer, so eine Eintrittskarte. Wir haben gesagt, Geld möchten wir nicht investieren in diese Esoterik, in diese Veranstaltung. Und dann haben wir zu Gott gebetet, dass wir ein Ticket bekommen. Und plötzlich haben wir geguckt und dann lag auf einem Mülleimer, der oben zu war, lag eine Karte für diese Messe. Und dann sind wir hingegangen zur Kasse. und dann konnten wir sogar beide rein mit dieser Karte. Und so waren wir dann auf dieser Messe und dann gab es da Heilung für 100 Euro durch schwarze Kugel, Karten lesen. Es gab sogar ein Seminar im Hinterzimmer für Totenbeschwörung, um Kontakt aufzunehmen mit Toten. Und wir haben angefangen, für die verschiedenen Tische und Stände zu beten. Und sind von Stand zu Stand gegangen und haben gebetet. Und öfter haben wir dann zu hören gekriegt, dass die Leute, die diese Esoterik da betrieben haben, gespürt haben, dass das, was sie gerade tun, in dem Moment nicht mehr funktioniert hat. Und wir haben dann irgendwann auch zu Leuten gesagt, wenn du hier Heilung kaufen willst für 100 Euro, wir beten einfach für dich. Bei Gott ist Heilung nicht für einen Preis zu erhalten, sondern Gott ist gestorben, hat sein Blut vergossen, damit wir Heilung bekommen. Und so haben wir da für die Leute gebetet. Oder eine kurze andere Geschichte noch. Wir waren mal in Fronten im Allgäu und haben da mit der brasilianischen Gemeinde München eine Gemeindefreizeit gemacht. Und Fronten im Allgäu, oder allgemein diese Region auch drumherum, das ist ziemlich esoterisch angehaucht. Also es gibt sehr, sehr viel Hexenkult in dieser Ecke oder gab es zumindest damals, das war 2005 oder so. Also damals war das so Tradition und es gab auch eine ziemlich ausgeprägte Sekte in diesen Ortschaften dort. Und wir haben dann einen Gottesdienst gefeiert mit der brasilianischen Gemeinde und wir waren so richtig in Gottes Gegenwart und dann haben mein bester Freund damals in der Missionsorganisation und ich gesagt, komm, wir gehen mal raus, wir machen einen Gebetsspaziergang. Wir sind rausgegangen und in dem Moment, wo wir rausgegangen sind, haben wir plötzlich gespürt, als wäre so ein Ambus auf unsere Schultern gefallen. Es war so eine schwere Atmosphäre in diesem Ort, dass wir richtig gespürt haben, dass hier eigentlich geistlich ziemlich negative Praktiken existieren. Und wir haben angefangen zu beten und haben gemerkt, wie wir freier und freier wurden und wie unser Herz wieder aufgegangen ist. Und ich glaube, das ist auch da, sind wir beauftragt, geistliche Verantwortung zu übernehmen. Da, wo eben Dunkelheit ist, da sind wir berufen, Licht reinzubringen. Und diese Gemeindefreizeit war genial und wir haben so viel erlebt mit Gott. Leute sind von Dämonen frei geworden. Wir haben für Leute gebetet, die besessen waren. Also es war einfach eine unglaublich intensive Zeit. Mal abgesehen, dass auch noch berühmte Fußballspieler mit dabei waren. So Kakao zum Beispiel, der für unsere Nationalmannschaft gespielt hat, war mit dabei. Mit dem haben wir eine Wasserschlacht gemacht. Also es war einfach eine mega interessante Erfahrung, aber vor allem auch diese geistliche Situation, in der wir verstehen dürfen, dass wir Verantwortung übernehmen können, um die geistliche Atmosphäre in unserer Stadt, in unserem Ort auch zu verändern. Und wir eben einen Unterschied machen in dieser Welt als königliche Priester. Und auch da eben die Frage, wer regiert in deiner Umgebung? Wer regiert in deinem Leben? Bist du es als Christ, als in deiner Identität? Oder regieren die Umstände in deinem Leben? Das, was um dich herum auch vielleicht mal Negatives auf dich einprasselt. Ja, das ist, was ich uns heute mit auf den Weg geben möchte. Ich möchte zum Abschluss nochmal 1. Petrus 2, Vers 9 lesen. Und da steht, ihr, also ihr Christen, ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Also das beschrieben, was Gott mir auch für diese Predigt aufs Herz gelegt hat. Hier nochmal schwarz auf weiß. Wir sind ein ausgewähltes Geschlecht, einfach dadurch, dass wir uns für Jesus entschieden haben, dass er uns gerufen hatte, so wie er viele Menschen einfach erreicht in seiner Liebe. Und wir sind ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Und das dürfen wir wissen, das dürfen wir lesen und das dürfen wir verinnerlichen und zu unserer Identität machen. Und unser Auftrag, wir sollen verkündigen, die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, aus der Finsternis in sein Licht. Und das wünsche ich uns auch, auch für die kommende Woche wieder, dass wir uns mal überlegen, wem können wir als Pastoren in unserer Umgebung Gutes tun? Wem können wir die Wohltaten Gottes verkündigen? Wem können wir unser Zeugnis geben? Für wen können wir beten? Wen können wir segnen? Auch mit unseren Worten, aber auch im Gebet. Und wem können wir unsere Liebe schenken und die Liebe Gottes weitergeben? Und ich möchte noch beten und damit schließen, mit der Predigt. Jesus, ich danke dir einfach. Du bist so ein großer und genialer Gott. Gott, du hast diese Welt geschaffen und du hast uns auserwählt und uns berufen, einfach diese königliche Priesterschaft zu leben. Und so bete ich, dass du uns auch hilfst, diese Verantwortung wahrzunehmen, dass du uns viele Gelegenheiten schenkst, einfach diese Priesterschaft einfach unter den Menschen zu leben und uns dieses Bewusstsein einfach immer mehr schenkst, wer wir eigentlich sind durch deine Berufung, durch deine Erwählung und dass unsere Identität darin stärker wird. Und so bete ich einfach, dass wir immer mehr Menschen einfach mit hineinlieben in dein Reich, in dein Königreich und in das ewige Leben. Danke, dass du immer bei uns bist, dass du mitgehst, dass du Werke vorbereitest und dass du genial bist. Danke, Jesus. Amen. Und so wünsche ich euch, wie gesagt, eine richtig starke Woche und noch einen schönen Sonntag. und noch einen schönen Sonntag.